So, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute den Koordinierungstatbestand an und ich möchte zunächst einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich den Zug in so 55 Minuten bekommen muss. Deswegen spreche ich vielleicht etwas schneller. So, heute geht es um den Koordinierungstatbestand oder die Tatbestände. Wir sind also bei unserem Punkt 4 in unserem Schema. Es gibt drei verschiedene Koordinierungsmöglichkeiten, einmal durch Vereinbarung, dann durch Beschluss und zum Schluss noch die abgestimmte Verhaltensweise. Wir fangen an, obwohl ich wollte euch noch fragen, was findet ihr besser, diese Darstellung oder diese Darstellung? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Okay, wir fangen an mit dem unwichtigsten Koordinierungstatbestand, nämlich dem Beschluss. Ihr solltet nur ein bisschen, ja, dazu wissen, dass es definitiv nicht der klausurrelevanteste und auch in der Praxis nicht relevanteste Koordinierungstatbestand. Alle Rechtsakte, durch die die Unternehmensvereinigung einen gemeinsamen Willen bildet, ist ein Beschluss. Man braucht also einen Willen der Mitglieder, sich zu koordinieren und man braucht eine Eignung des Beschlusses, eine Koordinierungswirkung zu erzielen. Das sind die beiden, ja, Sachen, die ihr im Kopf behalten solltet. Beispiele hier ist der Verbot der Mitgliedschaft in einer anderen Vereinigung, die Festlegung von Mindestverkaufspreisen der Mitglieder oder, was mir eingefallen ist, der Berufsverband für Anwälte teilt mit, dass alle Anwälte mehr als in der Gebührenordnung vorgesehen kassieren sollen. Mehr kann man ja kassieren, weniger geht nicht und deswegen ist das auch ein Beispiel für einen Beschluss, auch wenn der, ja, etwas realitätsfern ist. Dann, letzter Punkt zu dem Beschluss, unverbindliche Empfehlungen können auch ausreichen. Hier gibt es in gewisser Weise, ja, nicht Analogie, sondern das ist ähnlich wie bei der Vereinbarung, nämlich man braucht keine rechtliche Verbindlichkeit, um eine Koordinierungswirkung zu erzielen und deswegen müssen Beschlüsse und auch Vereinbarungen, wie wir gleich sehen werden, nicht rechtlich verbindlich sein. Okay, damit kommen wir jetzt zu der Vereinbarung und diese ist wirklich wichtig. Hier solltet ihr auch definitiv die Definition kennen, jede Verständigung von Unternehmen in Form einer Willensübereinstimmung über ein gemeinsames Auftreten am Markt. Das ist die Definition. Eine rechtliche Verbindlichkeit, wie gerade schon gesagt, ist nicht erforderlich. Das ist das sogenannte Gentleman's Agreement und das ist deshalb auch vom Kartellrecht geahndet, weil jegliche Vereinbarung, egal ob rechtlich verbindlich oder nicht, die verstößt gegen das Selbstständigkeitspostulat, die erzielt eine Koordinierungswirkung und wenn diese Koordinierungswirkung erzielt wird, das wollen wir ja gerade nicht im Kartellrecht. Wir wollen, dass die Unternehmen sich autonom verhalten, die sollen selbst ihre Entscheidungen treffen. Stillschweigend ist auch eine Vereinbarung möglich. Ja, der EuGH hat diesen Begriff der Vereinbarung sehr weit gefasst und ja, also ist es auch stillschweigend möglich, auch konkludent ist es möglich, formlos ist es möglich, wobei ich möchte hier beim Stillschweigend noch kurz erwähnen, dass das nicht in eurer Klausur vorkommen wird, sondern es kommt eher dann die abgestimmte Verhaltensweise, die dann relevant wird. Also mit einer stillschweigenden Vereinbarung würde ich mich in der Klausur zurückhalten. So, hier jetzt zwei super wichtige Punkte. Die Vereinbarung müssen wir zu der abgestimmten Verhaltensweise abgrenzen. Das machen wir anhand des Kriteriums der inhaltlichen Bestimmtheit. Bei einer Vereinbarung, da gibt es einen gewissen Plan, eine grobe Linie. Hey, lass uns unsere Preise um 15% erhöhen. Das ist ein Plan. Das ist eine Vereinbarung. Bei der abgestimmten Verhaltensweise, da ist es meistens nur ein Informationsaustausch. Da gibt es keinen so wirklichen Plan, da gibt es jedenfalls keinen konkreten Plan, sondern das ist meistens nur, ja, subtil. So, hey, ich werde, meine Kosten haben sich um 5% erhöht. Irgendwie sowas. Das wäre halt ein Informationsaustausch und das ist nicht inhaltlich bestimmt genug für eine Vereinbarung und deswegen würde man da eher die abgestimmte Verhaltensweise prüfen. Hier nochmal Throwback zu meinem letzten Video. Ihr müsst natürlich bei der Vereinbarung das Konzernprivileg beachten. Wenn die Parteien eine wirtschaftliche Einheit bilden, dann können zwischen diesen beiden Parteien, die die wirtschaftliche Einheit bilden, da kann keine Vereinbarung stattfinden, weil, wie schon im letzten Video gesagt, hat die eine Partei dann bestimmenden Einfluss auf die andere und deswegen sind das keine zwei selbstständigen Unternehmen und deswegen, ja, wird das nicht vom Kartellrecht geahndet. Zweiter Punkt ist, die Vereinbarung ist einaktig. Wir haben also den Fall bei einer Vereinbarung, hey, lass uns doch unsere Preise um 15% erhöhen. Diese Vereinbarung, die wird schon kartellrechtlich geahndet. Das ist wirklich massiv anders bei der abgestimmten Verhaltensweise, weil die abgestimmte Verhaltensweise, die ist zweiaktig. Man braucht eine Abstimmung und man braucht dann eine Verhaltensweise. Bei der Vereinbarung, Vereinbarung getroffen, zack, sofort Koordinierungstatbestand erfüllt. Okay, bei der abgestimmten Verhaltensweise, die wir uns jetzt anschauen werden, da müssen zwei Sachen vorliegen, damit wir diese bejahen können. Zunächst einmal die Definition und die abgestimmte Verhaltensweise ist genauso wichtig wie die Vereinbarung. Also beide super wichtig, beide müsst ihr wirklich kennen. Jede bewusste praktische Zusammenarbeit, die an die Stelle eines autonomen Handelns am Markt tritt, aber noch nicht zu einer Vereinbarung gediehen ist. Das ist eine abgestimmte Verhaltensweise. Jede bewusste praktische Zusammenarbeit. Okay, man braucht also eine Abstimmung und man braucht dann einen Abstimmungserfolg und dieser Abstimmungserfolg muss kausal zurückzuführen sein auf die Nummer 1, also auf die Abstimmung. Das sind die beiden Prüfungspunkte. Ihr könnt auch drei Prüfungspunkte machen, also Abstimmung, dann Abstimmungserfolg und dann Kausalität zwischen 1 und 2 oder ihr macht Abstimmung und zweitens kausales Marktverhalten. Hier müsst ihr natürlich einmal dann schauen, ja hat er sich dann auch so verhalten wie bei der Abstimmung und dann müsst ihr prüfen, ob dieses Marktverhalten kausal zurückzuführen ist auf die Abstimmung. Okay, die Kausalität wird widerlegbar vermutet, wenn eine Abstimmung vorliegt und dann auch ein entsprechendes Marktverhalten. Also ganz klar, wenn ich mich abstimme mit jemandem, hey, meine Preise oder meine Kosten haben sich um 5% erhöht, und dieser Informationsaustausch führt jetzt auch dazu, dass ich meine Preise um 5% erhöhe, dann wird widerlegbar vermutet, dass dieses Marktverhalten kausal zurückzuführen ist auf die Abstimmung. Bei der abgestimmten Verhaltensweise müsst ihr zwei Abgrenzungen treffen. Einmal die Abgrenzung zur Vereinbarung und einmal auch wirklich Klausur Klassiker im Kartellrecht die Abgrenzung zum autonomen Parallelverhalten. Zunächst einmal die Abgrenzung zwischen der Vereinbarung und der abgestimmten Verhaltensweise. Die Vereinbarung habe ich schon gesagt ist einaktig. Wir haben eine Willensübereinstimmung zweier Parteien über ein gemeinsames Auftreten am Markt und diese ist auch inhaltlich bestimmt. Hier haben wir einen Plan oder eine grobe Linie. Bei der abgestimmten Verhaltensweise haben wir die Abstimmung und dann brauchen wir ein kausales Marktverhalten. Das ist zweiaktig. Ich wage mal einen kleinen Vergleich zum Urheberrecht. Wenn ihr schon ein bisschen fortgeschritten seid im Urheberrecht, dann kennt ihr den § 23 Urhebergesetz, wo die Bearbeitung geregelt ist und grundsätzlich brauchen wir eine Bearbeitung und dann noch eine Verwertungshandlung, also eine Veröffentlichung. Ich kenne jetzt den § 23 nicht auswendig, aber jedenfalls wenn man das dann noch veröffentlicht oder verbreitet, man braucht nicht nur eine Bearbeitung, sondern man braucht auch noch beispielsweise eine Veröffentlichung der Bearbeitung. Das ist auch zweiaktig. Dann dieser § 23 ist also eher mit dieser abgestimmten Verhaltensweise gleichzusetzen. Allerdings gibt es auch noch in dem § 23 Urhebergesetz den Absatz 3 glaube ich, genau wo dann drin steht, man braucht doch nicht, in diesen Fällen braucht man keine zusätzliche Veröffentlichung, sondern alleine das Herstellen der Bearbeitung reicht aus, um das Urheberrecht einzugreifen. Also dieser § 23 Absatz 3 Urhebergesetz, wo das nur einaktig ist, das ist eher hier auf der linken Seite bei der Vereinbarung anzusiedeln. Okay, das war die Abgrenzung zur Vereinbarung. Jetzt kommen wir zu der Abgrenzung zum autonomen Parallelverhalten. Und hier haben wir erstmal den Ausgangspunkt, das Selbstständigkeitspostulat. Dieses Stichwort müsst ihr, also wenn es um die abgestimmte Verhaltensweise geht definitiv erwähnen. Das ist ein wirklich kartellrechtliches Stichwort, das muss man können und das bedeutet, dass die Unternehmen oder die Marktteilnehmer, die sollen autonom ihre Entscheidungen treffen. Das ist das Selbstständigkeitspostulat. Man soll selber entscheiden, hey, erhöhe ich heute den Preis, zum Beispiel als Tankstelle, erhöhe ich heute den Preis oder lasse ich es doch sein oder lohnt es sich für mich als Autohersteller nach Litauen zu expandieren oder ist der Markt dort zu klein. Das alles soll ich als Unternehmen autonom entscheiden. Da soll mir keiner helfen, also kein Marktteilnehmer soll mir da helfen. Natürlich kann ich Berater oder sowas anheuern, die mir Statistiken geben und sowas. Das kann ich natürlich machen, aber dann sind wir auch nicht im Kartellrecht. Man soll autonom seine Entscheidungen treffen, man soll sich nicht mit anderen Wettbewerbern oder Marktteilnehmern absprechen. Das ist das Selbstständigkeitspostulat. Unternehmen haben aber dennoch das Recht, sich bewusst gleichförmig zu verhalten, wenn dies ohne eine vorherige Abstimmung geschieht. Das bedeutet, wenn ich als Tankstelle sehe, die Tankstelle 500 Meter von hier, die hat die Preise um 10 Cent erhöht, dann kann ich das natürlich sehen und kann dann entscheiden, das ist eine gute Idee, das mache ich auch. Wenn ich diese Entscheidung als Unternehmen, als Tankstellenbetreiber autonom treffe, dann ist das auch in Ordnung. dann ist das okay, dann ist das kartellrechtlich nicht geahndet. Das ist auch häufig jetzt mal ein bisschen moderner bei Amazon Sachen so. Auf Amazon kann man direkt die Preise sehen und die Playstation bei Media Markt kostet meistens genauso viel wie bei Amazon und das können die natürlich machen, weil sie können natürlich sehen, der Markt da ist sehr transparent, man muss einfach nur auf Amazon gehen und dann eintippen Playstation 5, wie teuer ist die da? Also ein sehr transparenter Markt und dann kann Media Markt sehen, aha, Amazon hat den Preis um 20 Euro reduziert, okay, ja, ist vielleicht eine gute Idee, ich reduziere den auch mal um 20 Euro, weil der Hersteller der Playstation verkauft die Playstation jetzt günstiger, dann kann ich das auch an die Kunden weitergeben. Wenn das autonom passiert, ist das okay, wenn sich aber Amazon und Mediamarkt absprechen und dann beide um 20 Euro den Preis der Playstation reduzieren, ja, dann ist das nicht okay. Und hier seht ihr diese wirklich schwierige Unterscheidung zwischen dem autonomen Parallelverhalten und der abgestimmten Verhaltensweise. Weil besonders bei diesen transparenten Märkten, Tankstelle, bei Amazon schnell schauen, im Internet oder bei Idealo, diese Preisvergleichsportale, das ist sehr schnell gemacht und da ist es wirklich, ja, da ist es schwer, das autonome Parallelverhalten zur abgestimmten Verhaltensweise zu unterscheiden. Stichworte für ein autonomes Parallelverhalten sind die folgenden. Der BGH sagt häufig das Recht, sich mit wachem Sinn anzupassen. Also Mediamarkt sieht, aha, um 20 Euro wurde das reduziert, das ist eine gute Idee, ich treffe jetzt hier autonom diese Entscheidung, das auch um 20 Euro zu reduzieren, okay, dann hat sich Mediamarkt mit wachem Sinn angepasst, weil sie das autonom gemacht haben. Wichtig auch nochmal hier das Stichwort der Fühlungnahme. Wenn eine Fühlungnahme vorliegt, dann spricht das für die abgestimmte Verhaltensweise, wenn aber keine Fühlungnahme vorliegt, ja dann spricht das für das autonome Parallelverhalten. Okay, hier auch nochmal ein Beispiel, wenn Samsung den Preis seines Handys um 20 Euro erhöht, dann kann Google natürlich das vergleichbare Handy auch dort den Preis um 20 Euro erhöhen, das ist natürlich zulässig, wenn die beiden sich nicht abgesprochen haben. Okay, abgestimmt haben. Gut, jetzt habe ich ganz viel dazu gesagt, jetzt kommen wir zu der Unterscheidung. Wie unterscheide ich denn jetzt das autonome Parallelverhalten zu der abgestimmten Verhaltensweise? Und das mache ich wie folgt. Wenn Wettbewerbsbedingungen entstehen, die nicht den normalen Marktbedingungen entsprechen, dann ist dies ein sehr starkes Indiz für eine abgestimmte Verhaltensweise. Hier müssen wir uns die Art der Ware anschauen, die Bedeutung und der Anzahl der beteiligten Unternehmen und natürlich noch weitere Faktoren. Hier habe ich mir mal ein Beispiel gerade ausgedacht, weil es wird gerade Sommer, vier Anbieter von Erdbeeren erhöhen im Sommer die Preise um 15%. Das ist abnormal, weil normalerweise werden Erdbeeren im Sommer günstiger, weil ja wahrscheinlich sind die Produktionskosten nicht so oder definitiv die Importkosten sind ja geringer, weil man kann Erdbeeren sagen, nehmen wir mal an, man kann Erdbeeren nur bei 20 Grad oder mehr anbauen und in Deutschland im Winter sind keine 20 Grad, dementsprechend müssen dann die Erdbeeren von Australien oder so eingeflogen werden und das führt zu einer Erhöhung des Preises der Erdbeeren im Winter. Jetzt wird hier aber im Sommer der Preis erhöht. Ja, das ist doch unnormal, das entspricht nicht den normalen Marktbedingungen, also da muss schon irgendwie was passiert sein, damit man hier keine abgestimmte Verhaltensweise annehmen kann. Also hier würde ich eher dazu tendieren, dass eine abgestimmte Verhaltensweise vorliegt und kein autonomes Parallelverhalten. Außerdem vier Anbieter, hier sind ja jetzt nicht nur zwei Anbieter, sondern gleich vier. Das ist natürlich auch schon mal eine Anzahl an Unternehmen, die hier um genau 15% das erhöhen. Also das ist schon hier ein Indiz für eine abgestimmte Verhaltensweise. Okay, hier jetzt noch mal ein Beispiel aus dem Lehrbuch. Auf dem Farbstoffmarkt verfügen zehn Unternehmen über einen Marktanteil von 80%. Diese Anbieter haben sehr unterschiedliche Produktions- und Kostenstrukturen. Dadurch ist es für die einzelnen Unternehmen schwierig, sich Kenntnis von den Kosten der Wettbewerber zu verschaffen. Außerdem ist die Gesamtzahl der angebotenen Farbstoffe sehr hoch, da jedes der zehn Unternehmen mehr als 1000 Artikel anbietet. Hinzu kommt, dass jedes dieser Unternehmen für sich auf isolierten nationalen Märkten mit unterschiedlichem Preisniveau tätig ist. Dies macht eine spontane und zugleich auf allen nationalen Märkten einheitliche Preiserhöhung unwahrscheinlich. Gleichwohl nehmen die zehn Unternehmen dreimal nacheinander einheitlich Preiserhöhung für Farbstoffe um 8% bis 15% vor. Hier ist von einer Abstimmung auszugehen, zumal der Farbstoffmarkt angesichts der Zahl der Anbieter kein Markt ist, auf dem der Preiswettbewerb keine wesentliche Rolle spielt. Denn die Anbieter sind mächtig und zahlreich genug, um ein nicht unbeachtliches Risiko zu begründen, dass bei der allgemeinen Preissteigerung einige von ihnen dem nicht folgen, sondern versuchen, ihren Marktanteil durch individuelles Vorgehen zu vergrößern. Ich denke, das ist klar, zehn Unternehmen erhöhen ihre Preise um 8 bis 15% und zudem könnte man jetzt auch nochmal denken, was hier der letzte Satz sagt, normalerweise würde es ein Unternehmen geben, was den Preis gleich behält oder verringert sogar, um mehr Kunden zu bekommen, um mehr Kunden zu akquirieren und das ist hier nicht passiert und das ist doch wirklich abnormal und deswegen spricht das hier für eine abgestimmte Verhaltensweise und nicht für ein autonomes Parallelverhalten. Dann ein wichtiges Problem im Kartellrecht beim Koordinierungstatbestand bei der abgestimmten Verhaltensweise ist die passive Kartellbeteiligung. Wir haben die Grundregel gerade gesehen, dass wenn Informationen offengelegt werden, dann kann dies für eine Koordinierungswirkung genügen. Die Frage ist jetzt, wie sieht es aus, wenn der Empfänger einfach nichts tut. Er bekommt diese Information und nimmt das einfach nur zur Kenntnis und macht aber nichts. Wie sieht es damit aus? Und das kann beispielsweise bei einer Sitzung sein, der Empfänger sitzt bei einer Sitzung von Unternehmensvertretern und die besprechen gerade, wie die Inflation die Kosten erhöht hat und um wie viel Prozent die gerade ihre Preise erhöhen möchten. Das könnte so ein Fall sein oder einfach auch der Erhalt einer E-Mail und in der E-Mail steht da drin hey lieber eh ich werde meine Preise jetzt bald erhöhen im Hinblick auf die gestiegenen Kosten bei der Ernte irgendwie sowas könnte ja da drin stehen. So jetzt ist die Frage ja okay muss der Empfänger hier irgendwas tun oder was passiert wenn er nichts tut das ist jetzt hier das Problem und hier sagt der EuGH es liegt auch dann eine Abstimmung vor also Voraussetzung 1 von der abgestimmten Verhaltensweise wenn der Empfänger einfach nichts tut weil die stille Billigung einer kartellrechtswidrigen Initiative die Absprache begünstigt und zur Verhinderung ihrer Entdeckung beiträgt und daraus folgert man oder folgert der EuGH dass man im Falle einer Erhalt einer E-Mail beispielsweise oder bei der Teilnahme einer Sitzung mit kartellrechtswidrigen Inhalten oder Absprachen da muss sich der Empfänger öffentlich distanzieren er muss also sagen zum Beispiel zum Absender der E-Mail gerade okay ich werde meine Preise erhöhen und da muss er dann auf Antworten klicken im E-Mail Programm und sagen hey da mache ich nicht mit oder bei der Sitzung muss er einfach direkt sagen an alle hey hier das ist nicht gut das finde ich nicht gut das möchte ich nicht fördern ich nehme nicht daran teil irgendwie so muss er das sagen und er muss das öffentlich machen und es muss natürlich auch ernst sein also er kann das jetzt nicht aus Spaß sagen wichtig ist hier ein bloß innerer Vorbehalt reicht nicht aus also wenn ich eine E-Mail bekomme als Unternehmer und dann steht darin ja wir machen das so wir erhöhen die Preise und ich sage ja das finde ich nicht gut aber ich sage nichts dann ist das keine öffentliche Distanzierung und dann ist das immer noch eine Kartellbeteiligung nämlich eine sogenannte passive Kartellbeteiligung und dann liegt eine Abstimmung vor dann müssen wir natürlich im zweiten Schritt noch prüfen ob auch ein Abstimmungserfolg vorliegt also aber dieser erster Punkt nämlich der Punkt der Fühlungnahme der wäre da zu bejahen gut letzter Punkt letzte Folie nämlich die Hub and Spoke Vereinbarung das ist auch ein Klassiker müsst ihr gehört haben und auch wenn es in der Klausur relevant wird so in der Klausur hinschreiben hier hier ein BGH Urteil verschiedene Verlage schließen Verträge mit der Deutschen Telekom gleichlautende Verträge über die Produktion regionaler Telefonbücher zum Beispiel das Telefonbuch Mainz in jedem Vertrag ist unter anderem eine Gebietsbeschränkung des jeweiligen Verlages vorgesehen fraglich war ob die Verlage untereinander ein Kartell gebildet hatten ok hier sieht es also wie folgt aus wir haben das Telefonbuch Mainz das schließt mit der Deutschen Telekom einen gleichlautenden Vertrag wie das Telefonbuch Erfurt es mit der Deutschen Telekom geschlossen hat wie es das Telefonbuch Münster diesen Vertrag mit der Deutschen Telekom geschlossen hat und so weiter alle haben diesen gleichlautenden Vertrag und das ist ein sogenannter Sternvertrag weil alle schließen diesen gleichlautenden Vertrag das ist ja so als hätten die sich abgesprochen hier nochmal das BGH Urteil dann dazu sogenannte Sternverträge sind dadurch gekennzeichnet dass durch eine Mehrzahl vertikaler Vereinbarung also hier Telefonbuch Mainz und Telefonbuch Erfurt die schließen nicht einen Vertrag das wäre ein Horizontalvertrag sondern sie schließen einen Vertikalvertrag nämlich mit dem Abnehmer nämlich der Deutschen Telekom also hier schließen durch eine Mehrzahl vertikaler Vereinbarung mit einem Vertragspartner eine horizontal wirkende Abstimmung zwischen potenziellen Wettbewerbern ob ob eine solche Abstimmung gegen das Kartellverbot verstößt hängt davon ab ob im Einzelfall eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt oder spürbar bewirkt wird das schauen wir uns in den nächsten Videos an also der BGH sagt hier okay die haben sich so abgesprochen mit dieser Deutschen Telekom die haben alle diesen gleichlautenden Vertrag geschlossen und das ist ein Sternvertrag weil das wirkt so als hätten alle sich ja horizontal abgesprochen und hey ich verschließe diesen Vertrag mit der Deutschen Telekom nämlich ich bekomme für je 10.000 Einwohner bekomme ich keine Ahnung sagen wir eine Million Euro so das hat das Telefonbuch Kiel sozusagen geschlossen in diesem Vertrag und das Telefonbuch Mainz und das Telefonbuch Erfurt und das Telefonbuch Münster hier nochmal zu der Erklärung Hub and Spoke das meint einfach diese Narbe und die Speiche wie bei einem Fahrrad und deswegen auch dieses Bild diese Vereinbarung diese Mehrzahl von vertikalen Vereinbarungen wirken horizontal es ist so als hätten die sich alle abgesprochen zum Beispiel hey pro 10.000 Einwohner verlange ich eine Million Euro und das hätten die auch vereinbaren können und jetzt haben die einfach einen gleichlautenden Vertrag mit der Deutschen Telekom geschlossen ok und jetzt höre ich schon die Tastaturen hier von meinen Kommilitonen von der LMU nämlich an der LMU im Tutorium wird gesagt es gibt einen Sternvertrag es gibt eine Hub and Spoke Vereinbarung und es gibt eine Bündel Theorie ganz ehrlich ich habe den Unterschied immer noch nicht verstanden zwischen diesen drei Arten und auch hier der Professor Oechsler der sagt die Konstellation des Sternvertrages wird auch als Hub and Spoke Kartell bezeichnet dementsprechend für mich gibt es oder für ihn gibt es ja offensichtlich auch keinen Unterschied zwischen dem Sternvertrag und den Hub and Spoke Kartell dementsprechend gibt es für mich diesen Unterschied auch nicht und genau ich habe das auch nicht verstanden muss ich ehrlich zugeben was der Unterschied zwischen Hub and Spoke Kartell und einem Sternvertrag ist und ja der Professor hier womöglich auch nicht oder es gibt auch einfach keinen Unterschied ok dann komme ich jetzt noch ganz kurz zu der Bündeltheorie und die Bündeltheorie ist auch eine Sonderform der Koordinierung bei der Bündeltheorie haben wir meistens Fälle des Artikel 102 AEUV also des Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung und da haben wir zum Beispiel solche Fälle wie hier wir haben die Coca-Cola AG und die schließt einen gleichlautenden Vertrag mit dem Vertragspartner A mit Vertragspartner B mit Vertragspartner C mit Vertragspartner D und hier der Unterschied zum Sternvertrag ist dass jetzt die Coca-Cola AG die müssen wir überprüfen ob die gegen ja das Kartellrecht verstößt und die Coca-Cola AG schließt jetzt mit dem A mit dem B also immer mit unterschiedlichen Vertragspartnern eine ja eine Vereinbarung bei dem Sternvertrag war es ja gerade so dass wir das Telefonbuch Mainz und Münster und Kiel und so weiter hatten und die haben alle mit dem selben Vertragspartner nämlich mit der Deutschen Telekom einen Vertrag geschlossen und wir haben überprüft ob diese Telefonbücher untereinander eine Abstimmung gemacht haben also wir haben geguckt ob die Telefonbücher gegen das Kartellrecht verstoßen hier schauen wir jetzt ob die Coca-Cola AG die mit unterschiedlichen Vertragspartnern gleichlautende Verträge schließt gegen das Kartellrecht verstößt und hier kommt die Bündeltheorie ins Spiel die Bündeltheorie besagt wir müssen bei der Beurteilung jetzt nicht auf den einzelnen Vertrag schauen sondern es ist auf die Gesamtheit der gleichartigen Vereinbarung zu schauen und dann auf Grundlage dieser Gesamtheit zu beurteilen ob der relevante Markt abgeschottet und somit eine Wettbewerbsbeschränkung herbeigeführt wird es kann eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung sein in den meisten Fällen wird es aber eine bewirkte Wettbewerbsbeschränkung sein bezweckte und bewirkte Wettbewerbsbeschränkung das schauen wir uns im nächsten Video an hier schon mal der ja Hinweis eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung liegt dann vor wenn die Koordinierung typisierend also von Natur aus schlecht für das gute Funktionieren des Wettbewerbs ist oder sind was auch immer ich gerade als ob ich gerade Plural oder Singular verwendet habe genau und die bewirkte Wettbewerbsbeschränkung die liegt dann vor wenn ja da müssen wir einen hypothetischen Vergleich machen zwischen dem Markt der jetzt vorliegt mit dieser Koordinierung und dem Markt wie er vorläge wenn es diese Koordinierung nicht gäbe und hier muss man dann bei der Bündeltheorie das etwas ja modifizieren ja man muss bei der Bündeltheorie insbesondere auf die abschottende Wirkung abstellen weil wir hatten den Fall im Tutorium der war wie folgt wir hatten irgendeinen Eishersteller und dieser Eishersteller der hat Kühltruhen an die Käufer sagen wir es waren Supermerk oder sagen wir es waren Restaurants er hat an diese Restaurants hat er sein Eis geliefert und er hat den Restaurants zusätzlich noch eine Kühltruhe gegeben wo das Eis sein Eis drin gelagert werden kann und diese Kühltruhen wurden auch von dem Unternehmen gewartet und das hat dieser Eishersteller in ganz Irland gemacht und genau und jetzt war die Frage ist das eine Wettbewerbsbeschränkung und es war keine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung weil der ja weil im Vertrag da waren keine Vertragsstrafen vorgesehen da stand zwar drin ja ihr müsst mit den Kühltruhen mein Eis befüllen aber ihr ja aber es waren halt keine Vertragsstrafen es war jetzt nicht typisierend schlecht für das gute Funktionieren des Wettbewerbs und dann kam man auf die bewirkte Wettbewerbsbeschränkung und hier musste man dann schauen liegt hier eine abschottende Wirkung vor und weil der Eishersteller das in ganz Irland so gemacht hat fiel es anderen Eisherstellern schwer auf den irischen Markt Fuß zu fassen und deswegen musste man dann hier die abschottende Wirkung bejahen und zweiter Prüfungspunkt den ihr hier bei der Bündeltheorie wenn die im Spiel ist nicht vergessen dürft das ist so eine gewisse Bagatellgrenze irgendwie so eine Zurechnung es muss halt von gewissem Gewicht sein wenn das unter 5% Marktanteil ist dann würde man also dann wird man sicher sagen okay ist hier egal das ist ein Safe Haber das ist okay allerdings müsst ihr hier für die Bagatellgrenze so Kriterien ranziehen wie den Marktanteil habe ich gerade gesagt die Zahl der Vertragspartner die Vertragsdauer und so weiter natürlich macht es hier einen Unterschied ob die Coca-Cola AG mit 10.000 Vertragspartnern ja irgendwas geschlossen hat oder mit 100.000 das ist natürlich bei den 100.000 ist die Bagatellgrenze definitiv bei Coca-Cola ja sowieso schon längst überschritten okay und letzter Punkt bei der Bündeltheorie müsst ihr andere Deminimis Werte zugrunde legen hier diese 5% von denen ich gerade gesprochen habe also bei der Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung müsst ihr dann hier 5% annehmen bei der Bündeltheorie und nicht 15% beziehungsweise 10% das werden wir uns dann im nächsten Video anschauen so das war es dann von dem heutigen Video ja ich habe nichts mehr Fragen Kommentare könnt ihr da lassen Kontrollfragen habe ich diesmal nicht ich muss echt jetzt zum Zug und wir sehen uns beim nächsten Mal ihr könnt natürlich den Kanal gerne abonnieren like da lassen und bis dann if ein tier icional wurden die Daten plataform n